Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Wir haben noch ein paar Tage bis zum Fest der Trompeten. Rosh Hashanah. Das Wort benutze ich ja ganz selten, weil das Wort ist Yom Teruah. Ja, Yom Teruah, Fest der Trompeten. Und ja, ich weiß es nicht, ob der Herr dieses Jahr kommt, aber an einem Fest der Trompeten wird er auf alle Fälle kommen. Warum? Weil jedes Fest, der vom Herrn, ich benutze jetzt das Wort vom Herrn, das ist die Feste des Herrn, die Feste, die gegeben worden sind, vom Herrn und für einen ganz bestimmten Grund, und zwar, dass halt diese Feste der Messias erfüllen wird, damit sie den Messias erfüllen, den Messias erkennen werden. Und deswegen wurden diese Feste gegeben. Und die ersten vier Feste des Herrn sind erfüllt, genau auf den Tag bei Jesus Christus. Und nun wird das nächste Fest auch von Jesus erfüllt. Und wann wird nun dieses nächste Ereignis sein? Dieses nächste Ereignis wird sein, wenn Jesus Christus seine Braut abholt. 1. Thessaloniker 4 und 1. Korinther 15. Da wird er seine Braut abholen. Danach fängt der Tag des Herrn an und der Zorn Gottes. Aber Leute, wir wissen ja, dass diese Wahrheit nicht sehr oft gepredigt wird. Sondern weil wir wissen ja, dass die meisten Gemeinden entweder in Dispensionalismus stecken. Ich hoffe, dass ihr wisst, was Dispensionalismus ist, weil wenn ihr es nicht wisst, schaut meine Videos an, die ich vorher gemacht habe. Oder sie stecken in Verleugnung von der Entrückung. Das sind Entrückungsleugner, nenne ich sie. Oder auch manchmal Asgeier. Ich nenne sie Asgeier, weil sie nicht nur Entrückungsleugner sind, sondern manche davon sind halt auch wirklich da, um die Leute schlecht zu machen, die an die Entrückung glauben. Und diese Leute, ganz egal, ob sie jetzt Dispensionalisten sind, oder ob sie diese Entrückungsleugner sind, sie versuchen immer, die Leute natürlich zu verführen. Und sie benutzen immer am Kunde das Gleiche. Ja, die gleichen Stellen, die Stellen, die halt nicht so klar sind. Ja, und wo die Leute dann denken, sie müssen diese Stellen auslegen. Ja, aber Leute, ihr müsst euch nicht verführen lassen, sondern ihr müsst die Wahrheit erkennen. Das allererste, was ihr braucht, ist der Heilige Geist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der kommt nicht automatisch, wenn ich sage, ja, ich nehme Jesus Christus an als mein Retter. Also, wenn ich sage, ah, Jesus ist für mich gestorben, ja, am Kreuz und, ja, manche bekennen sogar ihre Sünden, ja, die sagen, ja, er ist für mich gestorben und dann denken sie, sie haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt aber erst, wenn wir wirklich Jesus Christus nachfolgen, wenn wir wirklich mit Jesus Christus verbunden sind, ja, verbunden, wirklich verbunden. Das heißt, wir sind ein, eins mit ihm, nur so können wir dann auch im Heiligen Geiste wandeln und nicht in unserem Fleische, ja, wie die Welt ja nach dem Fleische wandelt und nicht zieht und verblendet sind, ja, so wollen wir nicht wandeln. Und viele aber in den Gemeinden wandeln so, weil sie den falschen Lehrer nachfolgen und weil sie die Augen halt nicht aufhaben. die Augen sind fest zu, weil sie schon jahrelang Lügen glauben. Lügen, Lügen, Lügen und nochmal Lügen. Und heute will ich eine Lüge aufdecken, die sehr wichtig ist und die immer wieder benutzt wird, auch von diesen Entrücker, Leugner, der Entrückungsleugner. Ich hatte da einen, der gesagt hat, ja, wer bis zum Ende aus hat, der wird gerettet werden. Und was soll das jetzt heißen? Natürlich hat er nur versucht, die Leute zu verführen. Und er hat es total aus dem Kontext genommen. Wo steht es wohl? Ich glaube nicht, dass die Leute dann nachschauen. Er hat es benutzt, um zu sagen, ja, ihr müsst durch diese schlimme Zeit gehen. Na gut, was ist die schlimme Zeit? Er hat es halt auch gemeint, die Trübsalzzeit, die große Trübsalzzeit. Ja, aber wirklich, wann passiert diese große Trübsalzzeit? Sie passiert doch vor dem Tag des Herrn. Und auch vor der Entrückung. Ja, wenn ich alleine Matthäus anschaue, Matthäus 24, und da gehe ich heute hin, weil Matthäus 24 immer benutzt wird, um die Leute zu verführen. Immer. Na gut, immer nicht. Aber ich möchte mal wirklich jemand hören, der Matthäus 24 korrekt erklärt. Ich will nicht sagen auslegen, weil wir sollen das nicht auslegen. Wir sollen die Information haben, damit wir es verstehen. und wenn wir nicht die ganze geschichtliche Information haben, dann können wir es nicht richtig erklären. Na gut, wenn wir den Heiligen Geist haben, sollten wir es normalerweise richtig erklären können. Ja, aber ich will nochmal dahin gehen, weil Matthäus ist wirklich komplizierter, wie zum Beispiel Lukas und Markus. Ich habe in der letzten Zeit wirklich Lukas benutzt. Aber ich will heute wirklich nochmal zu Matthäus gehen. So viele falsche Annahmen, wenn wir Matthäus lesen. Und die Leute, die tun das dann rauspicken und sagen, ah, das ist ein Vers, der auf die Endzeit hindeutet oder auf die große Drangsal hindeutet. Ja, aber wann passierte denn diese große Drangsal, von der Matthäus zum Beispiel redet? Ja, zum Beispiel benutzen auch viele dieses Vers, die mal acht, und zwar wenn das ist dann in 22 schon und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Könnt ihr euch an das erinnern? Die Leute, die sagen immer, ach ja, diese große Trübsalz Zeit wird verkürzt werden. Aber wenn wir entrückt sind, dann was sollen wir uns dann darum kümmern? Und viele bekommen das halt durcheinander. Sie sagen dann, deswegen haben ja alle falschen Lehren, die dann sagen, wir müssen durch die erste Zeit, die ersten dreieinhalb Jahre von Trübsal gehen und dann wird die Zeit verkürzt. Nein, das ist ein Vers, der sich nicht auf die Endzeit bezieht, sondern auf die Trübsal von jenen Tagen, durch die die Jünger gingen, vor der Zerstörung des Tempels. Wir können diese Verse nicht einfach aus dem Kontext ziehen. Wir sehen in 29 eindeutig, da fängt der Tag des Herrn an. Der Tag des Herrn, da kommt Jesus wieder und nicht davor. bald aber nach der Drang Sal jener Tage wird die Sonne verfinstert in 29. Und wenn die Sonne sich verfinstert und der Mond seinen Schein verliert, das ist nun der Anfang von dem Tag des Herrn. Wir wissen das vom Alten Testament von den Propheten. Leute, ihr müsst das alles wissen. Dann brauche ich nicht auslegen. Das heißt, bald aber nach dem Drang Saal wird die Sonne verfinstert. Das heißt, vor der Verfinsterung der Sonne ist Drang Saal. Nicht danach. Wenn die Sonne sich verfinstert, das ist der Tag des Herrn. Aber das deutet aber auch auf den Sonn Gottes hin. der in der ersten Zeit der Trance, also der Tag des Herrn passiert. Und das müssen wir eindeutig verstehen, meine Lieben. Und wenn wir ständig natürlich verführt werden und ständig diese Dinge rausholen, diese Verse und überhaupt nicht wissen, um was es sich hier handelt, dann werden wir weiterhin verführt und verführt und verführt und verführt. Nicht nur durch Dispensionalismus, der ja diese Dinge angefangen hat zu predigen, sondern auch diese Leugner, die dann vielleicht etwas aufgewacht sind und gesagt haben, Dispensionalismus, der kann ja nicht stimmen, also schmeißen wir mal alles raus. Aber sie schmeißen nie alles raus. Sie schmeißen immer nur Entrückung heraus. Aber diese große Trübsal oder große Drangsal behalten sie immer wieder bei. Sie sind auch da durcheinander. Wann kommt jetzt diese große Trübsal oder diese große Drangsal? Eindeutig nach Matthäus hier ist es ja vor, wenn die Sonne dunkel wird. Das heißt vor dem Zorn Gottes. Und wann kommt nun diese Entrückung? Natürlich vor dem Zorn Gottes. Gleich am Anfang von dem Tag des Herrn. Wenn die Sonne dunkel wird, vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Oder vielleicht auch zur gleichen Zeit, wenn diese Katastrophen anfangen. Wenn die Sonne verwinstert, der Mond seinen Schein verliert und die Sterne vom Himmel fallen. Das ist ja Beispiel für den Zorn Gottes. Beispiel für die ganzen Katastrophen, die nun passieren werden, die wir zum Beispiel in Offenbarung 16 sehen. Lies das. Da seht ihr die ganzen Katastrophen. Es ist ja nicht nur die Sonne wird dunkel und der Mond verliert seinen Schein. Und davor passiert halt Drangsal. Ja, wie lange? Sieben Jahre? Nein, das steht nirgends in der Bibel, dass das sieben Jahre Drangsal sind. Wir hatten 2000 Jahre Drangsal. Die Drangsal fing ja an mit der Zeit, als Jesus gestorben ist. Da fing die Drangsal an. Die Drangsal fing ja schon vorher an, weil ja Jesus auch verfolgt wurde. Da fing ja auch schon Drangsal an. Als Jesus hier war und das Evangelium gepredigt hat, ist ja schon Drangsal gewesen für die Jünger. Auch für die Jünger schon. Dann wurde ihr Anführer umgebracht und danach wurden sie natürlich auch verfolgt. Diese Drangsal sehen wir in Apostel Geschichte. Da sehen wir doch, dass die Drangsal schon anfing ja und Jesus hat halt gesagt, dass diese Drangsal vor der Zerstörung des Tempels ist. Ja und natürlich auch danach, wir wissen ja das, wir kennen ja die ganze Geschichte. Matthäus hier hat gedacht, die Drangsal, nach der Drangsal natürlich, kommt Jesus wieder, also nach der Zerstörung des Tempels kommt Jesus wieder. Das hat er gedacht und deswegen hat er diese zwei Ereignisse einfach zusammengefasst. Wir sehen das ja in der Fragestellung, die er hingeschrieben hat, die ja ganz anders ist, wie die Fragestellung, die wir in Lukas und Markus finden. In Lukas und Markus wir finden eine Frage für ein Ereignis und nur das Ereignis, das sie angesprochen haben, ist der Ereignis der Zerstörung des Tempels. Und Matthäus hat zwei angesprochen, ja, aber da sind ja 2000 Jahre dazwischen und Matthäus glaube ich nicht, dass er das gewusst hat. Deswegen hat gesagt, gleich nach den Drangsaal jener Tagen. Aber er hat nur die Drangsaal von was beschrieben? Nur die Drangsaal, die vor der Zerstörung des Tempels passierten. Ich habe euch da schon als ich das besprochen habe von einem kleinen Büchlein erzählt und zwar ein Mann, der hat das 1812 geschrieben, Holford hat er geheißen, ich werde es unten anbringen, ich glaube Georg George Hauford über die Zerstörung von dem Tempel und von Jerusalem und auch von den Kriegen, von den Zeichen vor der Zerstörung des Tempels. Genau den Dingen, die hier Matthäus beschrieben hat. Er hat sie alle nachgeforscht, diese Dinge, die Matthäus ihnen gesagt hat, diese Dinge werden passieren vor der Zerstörung des Tempels. Weil davon hat der Jesus geredet, wenn wir gleich da gehen, am Anfang von Matthäus 24 und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Nein, das ist noch früher, mit 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herzu, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles. Wahrlich ist, sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Er redet hier also von der Zerstörung des Tempels. Und wann passiert das? Die Zerstörung des Tempels passiert die 70 nach Christus. Es ist nicht irgendwann, dass irgendwann mal passiert mit einem dritten Tempel. Nein, er redet hier vom zweiten Tempel, weil wir sehen ja, die Jünger haben gesagt, guck die Gebäude an, den Tempel, wie toll er ist. Und er hat gesagt, dieser Tempel hier wird zerstört, nicht ein dritter Tempel. Er hat hier nichts von einem dritten Tempel gesagt, meine Lieben. Und dann am Ölberg haben ihn dann vier Jünger gefragt. Johannes und sein Bruder und Petrus und sein Bruder. Und sie haben ihm nur eine Frage gestellt. Oder ja, nur eine Frage über die Zerstörung des Tempel. Sie haben ihn da nicht gefragt über das zweite Kommen. Das hat ob er es gewusst hat oder nicht. Matthäus hat das nicht gewusst, dass es 2000 Jahre dauern wird. Da bin ich überzeugt davon. Ja, viele schreien dann, ja, aber er hatte doch den Heiligen Geist, er hat auch das wissen müssen. Nein, er hat das nicht gewusst. Ja, er hatte den Heiligen Geist teilweise niemand hat den Heiligen Geist voll und ganz. Wir sehen in Teilen, das hat Paulus gesagt, wir sehen in Teil, wie in einem Spiegel und damals waren die Spiegel halt nicht klar, ja, weil er wusste, wir sehen nur teilweise, ja, und Matthäus hat teilweise gesehen, er hat diese Dinge nicht immer chronologisch auch zusammengestellt, ja, er hat sie so zusammengestellt, wie er gedacht hat, ja, und von daher müssen wir das erkennen und hier hat er gesagt, das ist die Frage, die er Jesus oder die Jünger ihm gestellt haben. Am Ölberg haben sie ihn gefragt, wann wird dies geschehen? Okay, was? Na ja, gut, die Zerstörung des Tempels, weil er hat ja hier den Tempel angesprochen. Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und das Ende der Weltzeit? Wenn wir zu Lukas gehen, steht er nur, und was wird die Zeichen von dieser Zerstörung des Tempels sein? Sie haben da angehört, aufgehört. Was wird das Zeichen sein? Was werden die Zeichen sein? Damit wir sehen, dass nun der Tempel zerstört wird. Und wie gesagt, Matthäus hat da das Zeichen deiner Wiederkunft. Was redet er hier? Zerstörung des Tempels und die Wiederkunft? Das sind 2000 Jahre dazwischen. Die Leute müssen das lesen und denken. auch wenn sie nicht den Heiligen Geist haben, müssen sie denken. Und das Ende der Welt Zeit. Natürlich kommen dann wieder diese Dispensionalisten und auch die nicht wirklich alles wegschmeißen von den Dispensionalisten und sagen, er redet ja vom dritten Tempel. Nein, er hat hier vom zweiten Tempel geredet. Eindeutig, nicht von einem dritten. Wir brauchen hier nichts auslegen. Wir müssen nur lesen und auch vorher das lesen, was vorher stand. Ja, gut, und danach kommt halt dann diese ganze und Jesus antwortet und sprach sind, habt Acht, dass euch niemand verführt. Hallo, wie vielmal sollen wir das sagen? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Warum hat er wohl das hier gesagt? Nicht nur deswegen, weil halt damals schon die Leute gekommen sind und die Leute verführt haben, während der Zeit von den Jüngern, sondern auch heute noch natürlich, klar, es soll auch für uns heute eine Warnung sein. Ganz klar. Aber er hat damals die Jünger angesprochen. Passt auf, dass ihr nicht verführt wird, weil ihr nämlich nicht wisst, wenn Jesus wiederkommt. Ihr wisst ja nicht mal, dass es 2000 Jahre dauern wird. Und deswegen, weil damals halt schon falsche Propheten gekommen sind. Aber er redet hier eindeutig und wenn wir das mit Lukas und Markus vergleichen eindeutig über die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und die Leute denken halt nun, hallo, das ist über diese große Trangsal. Ja, wann soll diese große Trangsal sein? Vor der Entrückung oder nach der Entrückung? Da kommen ja dann auch alle durcheinander. Ja, wann ist es nun? Ja, die, die dann die Leugner diese, viele dieser Entrückungs Entleugner, die sagen, das ist vor eindeutig, vor der Entrückung. Diese große Trangsal. Natürlich ist sie vor, weil es ja Matthäus gesagt hat. Aber die, die den falschen Lehrern, diesen Dispensionalisten nachfolgen wollen, die sagen, nee, diese große Trübsal kommt dann erst, wenn die Leute entrückt sind. Aber dadurch tun sie den Zorn Gottes mit der großen Trübsal vermischen. Sie verwechseln das. Was eindeutig kommt, wenn der Tag des Herrn anfängt oder die Entrückung vorbei ist, ist der Zorn Gottes. Da gibt es keine große Trübsal mehr für die Heiligen. Weil er beschreibt hier große Trübsal für die Heiligen, meine Lieben. Und diese große Trübsal, durch die die Juden gegangen sind und gerade die Christen, die jüdischen Christen, die beschreibt er hier. Er möchte ihnen zeigen, hallo, seid nicht in Jerusalem, wenn diese Zerstörung passiert von von dem Tempel. Warum? Weil da alle zerstört wurden. Wenn ihr dieses Buch lesen könntet, wenn ihr Englisch könntet, liest das Buch. Es ist frei erhältlich. Ich habe das schon öfter angesprochen. Ihr könnt es auf archive.com finden. oder ihr könnt zum Beispiel Josefus lesen. Kriege der Juden. Ich glaube, das fünfte Buch müsst ihr da lesen. Das fünfte Teil. Also Josefus Kriege der Juden fünfte Buch. dann könnt ihr genau sehen, was damals gelaufen ist. Und dann könnt ihr sehen, dass Jesus hier das beschrieben hat. Eindeutig das beschrieben hat. Wir können jetzt runtergehen eins nach dem anderen, meine Lieben. Eins nach dem anderen. Das beschreibt alles diese große Drangsal. Gräuel der Verwüstung von Daniel ist nicht, was erst kommt, wenn sich ein Antichrist in den Tempel setzt. Das ist alles falsche Auslegung. Der Gräuel der Verwüstung passierte 70 nach Christus, als der Tempel zerstört wurde. Es gibt keinen dritten Tempel. Er hat gemeint, wenn ihr das seht, dass der Tempel zerstört ist, flieht in die Berge. Warum? Weil die Zerstörung des Tempels oder der Anfang von der Zerstörung des Tempels passierte vor, bevor die Römer die Stadt übernahmen und dann alles kleinbein zerstörten. Die Zerstörung des Tempels passierte vorher. Da passierte vorher einen Brand, der eigentlich von den Juden verursacht wurde und nicht wirklich von den Römern. Die Römern wollten helfen, dass der Tempel nicht zerstört wurde, aber natürlich haben sie das nicht zugelassen, die Juden. Ihr könnt das alles lesen bei Josefus. Liest mal was Historisches. Es ist schwer zu lesen, aber dann glaubt denen, die das gelesen haben, meine Lieben. Er hat dann gesagt, wenn ihr das seht, läuft in die Berge und die Leute haben das wirklich gemacht. Es war jetzt kein christlicher Hebräer oder christlicher Jude umgekommen. Kein Christ. Es sind alle geflohen. Die Jünger und die Kirche, also die Kirche in Jerusalem, sie sind alle vorher weggegangen, bevor das Ganze passierte. Sie haben gewusst, dass diese Dinge passieren. Kriege, ihr redet ja von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben. Hungersnöte, dann folgen Seuchen oder Kriege, dann folgen Seuchen. Kriege werden ausgelöst und dann gibt es eben Hungersnöte, dadurch bekommen wir Seuchen und natürlich auch Erdbeben. Das alles hat sich auf diese Zeit bezogen vor der Zerstörung des Tempels und ist alles wissenschaftlich nachgewiesen durch Josefus. Alles was hier beschrieben steht, ihr könnt es nicht rausziehen und die Dispensionalisten machen das. Sie ziehen das heraus und tun das dann eben auf die heutige oder wollen das auf die heutige Zeit übertragen. Das ist nicht der Fall. Das ist alles schon passiert, meine Lieben. Lies das nochmal, vergleich das mit Lukas Leute, lasst euch nicht verführen. Fangt an, eure Augen aufzumachen, aber ihr braucht dazu auch den Heiligen Geist. Ihr könnt das nicht sehen. Ich weiß, dass es wieder Leute Leugner gibt, die sagen, nein, das ist nicht, das kommt erst dieser Gräuel der Verwüstung und die 70 Jahre von Daniel sind ja noch nicht erfüllt und das kommt alles aus dem heraus. Wenn sie noch nicht erfüllt sind und sagen, es ist noch eine Woche übrig, die dann irgendwann nach der Entrückung kommt, wie soll das dann die große Tranksaal vorher sein? Ja? Ist auch noch einfach sagen, ähm, wo steht 13? Nee, jetzt weiter. Ja, hier, 21, denn dann wird eine große Tranksaal sein, wie vom Anfang an der Welt an, bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und das tun sie dann immer auf diese Tranksaal, die eben nach der Entrückung kommt, ja, äh, zeigen, sagen, das ist diese Tranksaal, die nach der Entrückung kommt, ja, und die wird so groß sein und dann diese Entrückungsleugner werden sagen, ja, aber ihr müsst da auch durchgehen durch diese Tranksaal, ja, ihr werdet davor nicht geschützt, aber sie machen ja alles durcheinander. Diese Tranksaal passierte ja vor der Zerstörung vom Tempel. Ja, 21 ist immer noch von der Zerstörung des Tempels die Rede. Ja, und wenn jene Tage, hier kommt noch mehr, wenn die Tage nicht verkürzt würden, sie würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten Willen sollen jenen Tage verkürzt werden. Welche Tage? Welche Tranksaal die jetzt vor der Entrückung passiert und nach der Entrückung passiert? Ja, deswegen haben wir halt natürlich Leute, die sagen, die Entrückung passiert in der Mitte von der Tranksaal. Nein, die Tranksaal passiert vor der Entrückung und hier diese Dinge beziehen sich alle auf die Zerstörung vom Tempel. Bis zu 28. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier und Geier ich weiß auch nicht die Übersetzung hier sollte eigentlich was anderes sein. Das sind keine Geier, das sind im Englischen sind es die Adler. Ja, die Adler. Und ja, sind es jetzt die Geier oder die Adler? Das müsste man im Urtext mal gucken. Vielleicht auch beim Luther gucken. Ja, ich komme jetzt zum Ende, aber ihr könnt es selber nachschauen. In meinem Englischen King James sagt es Adler. Ja, ich denke vielleicht auch beim Luther sagt es Adler. Warum Adler? Warum nicht Geier? Wer Aas, da kann man natürlich leicht denken Geier. Aber wo das Aas ist, das heißt die Zerstörung, die toten Leute, da kann man auch denken Adler, wer ist symbolisch Adler? Wer hatte das Symbol Adler als Zeichen? Das ist das Römische Reich. Die hatten ja die Adler auf diesen Stecken obendrauf. Der Adler vom römischen Kaiser. Und hier meint er, ja gut, alles war zerstört in Jerusalem schon, die hatten ja schon tausende von Tote überhaupt in Jerusalem und dann kommt halt der Adler. Aber ich komme zum Ende meine Lieben hier. Das alles und dann eben 29 fängt an, bald aber nach den Drangsal jener Tagen. Bald, naja gut, 2000 Jahre später, dann wird die Sonne verfinstert, dann fängt der Tag des Herrn erst an, dann ist erst die Erinnerung. Ihr müsst das alles richtig lesen, im richtigen Kontext und ihr müsst es auch geschichtlich besser verstehen. Ja? Das ist alles wichtig zu wissen. Das ist alles wichtig zu wissen. Aber Leute, macht auf. Der Herr könnte schon kommen, in wie viel? Fünf Tagen, vier Tagen. Macht auf. und lasst den Heiligen Geist euch immer leiten. Lies das mit offenen Augen und sagt, haha, das stimmt ja alles nicht, was diese falschen Lehrer uns sagen. Und dann müsst ihr natürlich weggehen. Dann müsst ihr sagen, nee, denen laufen wir nicht mehr nach. Also dann, tschüss meine Lieben.